Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wir sind wieder unterwegs in den Favelas. So, wir haben eine Pistole, ein... äh, ja, Submachine Gun. Oh, Ghost. Uh, Flugzeug! Oh, boy! So, wo muss ich denn? Ich soll die unterstützen. Alles klar, ich unterstütze einfach. Ich bin Supporter. Ich heile, ich buffle, ich supporte. Ach, du Kacke! Ja, der ist einfach runtergefallen, oder? Ey, nicht frech werden, Jungs. Zehn Uhr? Seh ich nicht. Ah, da! Ihr Schweine. Ey, die sind immer noch nicht erledigt. Ah, Mann! Die ballern mich an und ich werde hier abgelenkt und werfe die Glase schief. Du Kacke! Was für ein Kühlschrank? Ah, da! Lol! Kontakt im Süden. Ja, das mag hier sein, aber ich sehe nix. Fuck, wo sind die? Der da, oder das? Der lag da, warum? Frech. Einfach nur frech. Ey, Junge, kannst du mal aufhören? Nee, das blitzt einfach nur das. Nee, kann ja nicht sein. Ey, hallo? Der schießt doch nicht, trefft nicht von hier. Hier, fang. Mal gucken, ob sie so weit fliegt überhaupt. Nee, war klar. Oh boy. Ach, du Kacke! Oh, buddy. Oh, buddy. Oh, buddy. Oh, buddy. da tut auch noch einer rum, weg mit dir. Die haben doch einen Kühlschrank, warum liegen die Kühlschrank bei euch auf der Straße? Ah, ruhige Grenade. Neues Throw, doch. Ja, ihm ins Gesicht. Was ist los mit dir? Alles klar, weiter geht's. Ich decke dich. Ja, was erwartet ihr? Dass ihr überlebt, wenn ihr einfach so rausrennt. Was ist jetzt gerade wirklich? Da schießen 13.000 Leute auf den und er lebt immer noch. Siehst du das? Ich glaube, ich muss den Final Blow landen hier. Ja, das ging. Oh Mann, eine unangenehme Kampfumgebung hier. Normalerweise wären wir alle schon lange tot. Ja, wird das bald mal was? Komm hier. Nix, Backsternbalkon. Oh, fuck it. Höher. Ja, ich hab keine mehr. Ja, die Flanken sind wichtig. Gut, da weiche Flanke aus dem Inneres. Ey. Ich bin ein bisschen höher. Da fühle ich mich gleich wohler. Oh boy. Ach du kacke, wie viele. Bist du tot? Sehr schön. Oh boy, aber der nicht. Oh nice, ich hab hier so ne Uzi. Da hast du deine Eisdiele. Da hast du deine Eisdiele. Und du auch. Heute gibt's kein Eis für euch. Autsch. Ihr wart nämlich böse. Nice. Double Kill. Boah, wie viele. Hey. Die sehen, wie ich da rausschieße und die kümmern sich gar nicht drum. Dachten die vielleicht noch, dass sie ihre Kollegen hier sind und leben. Ich bin ein dreckiger Camper. Hey. Ein Kopfschuss reiche wohl nicht, Kollege. Ja, ist kein Problem. Das klären wir. Ja, komm schon. Nachladen. Fix dir den Arsch. Oh boy. Heeeey. Kannst du mal aufhören, hier so frech rumzuballern? So, unsere Kollegen. Das noch nicht. Meine Eisdiele. Die Eisdiele hier sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Fuck, hier da oben bleiben sollen. Da hat es eine richtig schöne Aussicht. Ich glaub, ich geh mal hier hoch. Nice, weg ist er. Ah, was war das? Was? Ich war im Gebäude und das Ding hat mich erwischt. Krass. Boah, hier erst. Ja gut, dann bleib ich jetzt diesmal hier. Sit down. Ey, bist du bescheuert, Junge? Was ist denn los mit dir? Na, war noch jemand? Ah ja, da, noch Fragen. In die Nüsse. Keine Gnade! Keine Gnade! Gibt's bei mir nicht. Der Nikolaus kennt keine Gnade. Welchen Film ist das? Wer das richtig verantwortet, der kriegt Keks. Jetzt bitte keine Autos explodieren lassen. Oh, nice. Leul, hat der Nachbrenner? Was ist denn da los? Oh boy, weg hier, Karne! Ja, so. Schnell explodieren lassen. Dass die nicht eine unnötige Gefahr ist. Was für ein Baum? Hier, da ist der Penner. Der kleine Frechtax. Bam! Ein Magazin drauf ausleeren, schon explodieren die Karne. So funktioniert das hier. Da, habt ihr es. Fress eure eigene Medizin. Ey, Ghost, geh mal weg da. Ist ja nett gemeint, aber du bist hier gerade nur so ein bisschen im Weg, weißt du? Raketenwerfer! Geil, ist ja wie in der Schießbude. Ey! Frechtax, stirb! Ja, versteck dich hinter der Karre, wenn ihr den Raketenwerfer vermutet, ne? Das ist gut. Na, so macht man das, wenn das Ziel beim schwarzen Truck ist. Jagd den Truck in die Luft. Oh, buddy. Da oben, der lebt noch. Die Drecksau. Hutsjunge. Hey, was ist los mit dir, Junge? Bist mir ein bisschen zu frech. Und du genauso. Rennst hier rum, als wäre es ein Kinderspielplatz. Huts. So geht das, Freunde. Scheiße, der rastet ja völlig aus. Dieser Typ, der sollte über den Jobwechsel nachdenken. Oh, sorry, Huhn. Der verkraftet das nicht so gut mit dem Krieg hier, glaube ich. Ouch! Fucking hell! Die habe ich das Mützchen weggeschossen, mein Freund. Hehe. Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Da. Ja, deine Stromplinte kannst du dir in die Haare schmieren, ne? Die funzt hier nicht so gut auf so weite Entfernung. Hier, ich verteile den Markt. Uts. Hehe. Melone. Haha. Oh, boy. Weg damit. Nein, das ist nicht das falsche Ziel. Okay, ich habe das Huhn vielleicht erwischt. Nice, der hat ja umgetacklet. Der McTavish, habt ihr es gerade gesehen? Oh, scheiße. Sorry. Oh, ich gehe hier kaputt. Die Jungs müsste ja echt unverwundbar sein. Hehe. Du Kacke. Oh, sorry. Geh, ich komme hier mit, mit dem Sandman. Oh, boy, die können sich hier von oben kaputt machen. Komm, das gefällt mir gar nicht. Zack. Die prallt schön von der Wand ab. Und gib ihm. Bok, bok. Können wir es hern lassen. Ich habe eine Vollführende wie ein Scheiß. Oh, boy. Oh, boy. Hey, der lebt ja noch ins Knie. Immer schön ins Knie damit. Okay, weiter geht's. Los, Yankee. Uh, Heli. Übrigens, bei der Army sagen sie Chopper und bei der Navy und ich weiß nicht, vielleicht auch bei der RV sagen sie nämlich Helo. Also, falls ihr mal mit so Leuten sprecht, auf die richtige Sprechweise achten. Was sollen wir jetzt machen? Landezone sichern. Ach du Kacke, wie viele. Wie es ihn weggefetzt hat. Hey, hier ist ein Fußballtor. Ich folge. Ja, lass mich rauf. Ja, ich glaube, das ist überall, sieht von überall so aus. Oh, buddy. Like Tavish. Ach, komm. Das eine Mal. Ja, gut. Besser jetzt als in den Eisklippen. Da hat er mich erwischt. Aber diesmal hat er die Hand verfehlt. Oh, buddy. Ich glaube, ich bin am Arsch. Geht ohne mich. Ich bin am Arsch. Lass mich zurück. Oh, fuck. Ich habe meine Waffe verloren. Wo sind denn die Dächer? Wir müssen auf die Dächer. Was denn? Wo sind denn die Dächer? Mann. Da, da oben. Nein, da kann ich nicht hin. Ach du, fuck. Fuck, 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 fuck. Die schießen auf mich. Das war nicht abgesprochen. Oh, das sieht nach Dächern aus. Geht es hier weiter hoch? Ich bin auf den Dächern. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Alles klar, ich springe schon. Ich springe wie der letzte Arfe. Ich springe rum. Oh, buddy. Oh, fuck. Wo renne ich denn hin? Ja, danke. Jeder gute Racheakt verdient einen weiteren. Geil. Äh. Okay, nochmal. Auf die Dächers. Go, go, go. Ach, du Kacke. Mir fliegen die Kugeln um die Ohren. Ey, du bist Zivilist. Nimm mich mit. Versteck mich. Ja, klar, der macht die Tür zu. So ein Penner. Der macht einfach die Tür zu. Hat der überhaupt kein Gewissen. Oh, buddy. Ja, ist sehr gut. André, Nicolai, Ivan, wie auch immer nur heißt. 30 Sekunden. Ah, du Kacke. Oh, boy. Woo-hoo-hoo-hoo. Wir haben ihn, Nicolai, aus hier. Boah, Junge. Die zerschießen mich doch gleich samt Heli. Wieso hat er das Fahrwerk ausgefahren? Haut ab da, Jungs. Woo. What a ride. Oh, James Ramirez. Ramirez. Mit ihm geht's weiter. Wir sind immer noch in den USA oder was? Da ist Krieg. Das ist ein gutes Argument. Immer Fernseher ausmachen. Yes, Sir, Staff Sergeant. Oh, yeah. Darf ich den fahren? Das wäre voll geil. Aber ich habe Bock drauf. Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir. Honey Badger, geil. Kommen Sie rein. Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten. Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen. Werden Sie nicht. Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir. Nice. Wir dürfen einen Dax fahren. Mission Exodus. So, aber damit geht es das nächste Mal weiter. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde die Folge hier wenden. Ich hatte Spaß. Spaß in den Backen. Jeder hier in dem Bums hat Spaß. Ja, lasst mir gerne Likes und Kommis da. Zeigt mir, was euch gefallen hat. Sagt mir auch gerne, wenn euch was nicht gefallen hat. Und das nächste Mal sehen wir uns wieder bei Call of Duty Modern Warfare 2. Und dafür, dass ihr so lange dran geblieben seid, bekommt ihr zur Belohnung noch die Hubschrauber-Interpretation von einem meiner Kollegen und Mitschüler zu hören. Die geht nämlich folgendermaßen. bis 청nach calcium. Die geht nämlich dann, sodass wir es weitergeht. Deswegenlockетров gates. Wir machen den Herz bayer hiện und Ärmel darauf hinれる. Wir machen das ganze recovery.